Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Redguard. Ich muss mal schauen, wie ich hier am besten runter komme, ohne drauf zu gehen. Ok, hier. Examine Wick. Ist das eine gute Idee? Walkmode auf, Walkmode on. Achso! Äh, warte mal. Ich habe eine Idee. Was passiert da jetzt? Der ist nur explodiert, ok. Nee, warte. Habe ich jetzt aber erfahren mit Tab? Mit Tab kann man den Walkmodus ausschalten. So, wir machen noch einmal die Taschenlampe hier. Jetzt sehe ich auch ein bisschen was. Gibt es hier sonst noch irgendwas mitzunehmen? Aber das hat mir jetzt nichts gebracht. Ok, jetzt hat er tausend Jahre gebraucht zum Springen. Ok, die ist jetzt aus. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts, oder? Ich sehe hier nichts. Was? Aber das sieht jetzt hier so aus, als könnten wir so da lang. Ja. Und so. Hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Okay, bringen wir aber auch nichts hier hin. Ach, komm, Cyrus. Der ist so... Komm, runter. Der stellt sich manchmal aber auch echt an, was sowas angeht. Wir machen aber lieber... Und nochmal so. Dann gehen wir mal... Versuchen wir mal, darin zu gehen. Cyrus. So, und... Noch einmal. Ach, komm. Der braucht auch tausend Jahre, bis er weiß, dass er rennen soll. Oder bis er weiß, was er machen soll. So. Jetzt drücke ich... Shift. Verrennt. So, und hier runter. Alles andere als einfach. Shift drücke ich jetzt. Und jetzt rennt er. Und... 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 Und er springt nicht. Ich drücke... Ich drücke leert, hast du zum springen. Und das macht er nicht. Alter. Okay. Und nochmal ein paar Schritte zurück. Ernsthaft? Ich weiß jetzt nicht, wie doof man sich anstellen will. Komm. Ich glaube, wir speichern lieber hier, dass wir nicht mehr diesen ganzen Weg hier zurücklaufen müssen. Und dann... Dass wir dann wenigstens immer hier... Darüber springen können. So, Shift. Laufen und springen. ernsthaft lange aufgehörten rückwärts laufen und er läuft trotzdem noch 100 km in die richtung ein schritt noch schrift und jetzt bringt er nicht so springt er hier nicht so springt er jetzt jetzt springt er und nicht noch mal springen nicht noch ein ja ok wir haben es rüber geschafft alter was war das jetzt die reaktion von cyrus super sowohl sind bei jemals ich sehe gar nichts gerade ich komme hier nicht mehr raus keine ahnung was das war ich komme hier nicht mehr raus ich muss nicht zu viel rennen sehen tue ich auch gar nichts muss ich hier vielleicht rum jetzt los nicht zu weit rennen ah ich sehe schon wir müssen schon hier sein irgendwo wir müssen schon ins innere wird denke ich mal hier gibt es einiges zum anzünden auf jeden fall boah ich sehe nichts ich sehe gar nichts ich komme nicht mal nach oben light barrel test dich mal dann gehen wir mal schnell runter cyrus da hat sich was getan nur wo ist denn das was ich da jetzt was getan haben soll nicht hier jetzt hier weiter sieht nicht so aus als würde es hier irgendwo weiter gehen oder muss ich jetzt den ganzen weg zurück ich glaube ich mache mal die taschenlampe wieder weg ich habe so gefühlt hier lieber nicht so ach ne ich darf den ganzen mist hier wieder zurück ich mache mal ein save game ich mache mal ein save game nur um sicher zu gehen ja ok noch ein schritt tippt und springt ok ok cyrus kann das hier nochmal hoch ich glaube das war der weg ja ja und dann hier gehe ich mal ernsthaft ernsthaft jetzt cyrus hier willst du nicht springen die hier ich habe das die 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 Und jetzt. Wir speichern hier noch einmal. So. Da geht es ja aber auch noch irgendwie weiter. Ne, doch nicht. Hier geht es nirgendwo weiter, außer zurück. Und, ja. Nein. Drehen. Und. Nicht zu weit. Ja, okay. Wir gehen wieder auf die Waffe. Ja, wir können hier auch wieder ganz normal nach oben. Wir gehen wieder auf die Waffe. Also, das ist ein Fackelwürmchen. Alter. Erschreckt mich das Ding wieder. Glaube ich genau in die Blume rein. Wie viele Faltengaben haben wir? Health Potion? Nur noch einen, oder wie? Wir hatten hier doch Tausende von gesammelt. 43 Gold haben wir wieder. Ich mache hier trotzdem mal ein Save Game. Wir sind jetzt relativ weit wieder zurückgekommen. Nur um sicher zu gehen. Ah, hier ist das. So. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir da hin müssen. Nochmal einen Schritt zurück. Und. Ja. Nochmal einen Schritt zurück. Einen noch. Und. Okay. Das war jetzt knapp. Save Game. Machen wir ganz dringend. So. Und. Ja. Haben wir geschafft. Natürlich. Da kommt jetzt jemand. Ich hoffe, der trifft mich jetzt nicht. Okay, den haben wir erledigt. Eine Health Potion. Ah, geil. Haben wir wieder zwei. Der kam jetzt von unten. Wir gehen aber trotzdem erstmal oben rum. Oben rum gibt es nichts. Okay. Dann ab nach unten. Bitte ist hier keine Blume. Boah, ich sehe hier nichts. So, komm, da vorne liegt doch was. Gold und Health Potions. Ich sehe nichts. Da. Da. Da liegt er. Da liegt er. Ihr meint, könnt ihr mehr sehen als ich. Bei euch ist es ein bisschen heller. Zumindest im OBS. Ist das ein bisschen heller. Ich weiß jetzt nicht wohin. Ich mache hier vorsichtshalber ein Save Game. Ich gehe mal davon aus, dass wir da runter müssen. Kann auch sein, dass wir da unten drauf gehen. Okay, das haben wir überlebt. So. Da ist die Fattel. Ah, von oben auch noch. Okay, wahrscheinlich so. Ach, komm. Ernsthaft jetzt? Nicht von der Blume wieder. Alter, dein Ernst? Cyrus? Ich sehe jetzt gerade echt nicht wohin. Sieht so aus, als müssten wir da hochspringen. Also habe ich das eigentlich auch vor. Und nicht nach. Nein, nicht so unter die Blume. Ach, Cyrus. Der will mich auf die Arschen hier. So, jetzt. Jetzt will ich sehen können, wo wir hin müssen. Ich sehe hier echt gar nichts. Okay, Fackel ist wieder aus. Haben wir wieder verbraucht eine. Ich glaube, wir müssen da nach vorne gehen. Okay, wenigstens sind wir von der Gesundheit her. Nee, nicht nochmal nach unten. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Fackel. So. Die wollte ich benutzen. Um zu sehen, wo ich lang muss. Nee, nicht unter die Blume. Hier gibt es sonst gar nichts. Außer den Weg da vorne. Und ein bisschen Anlauf. Und... Okay, das hat geklappt. Und jetzt. Wo muss ich hin? Kann man hier irgendwo sehen, wo man hin muss? Außer den Tod springen. Jo. Alles klar. Ich mache hier einen kleinen Break. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Und dann bin ich auch wieder. Also. Ich könnte auch mal versuchen. Vielleicht ist das da eher. Nein, nicht das Schwert. Wieder einstecken, bitte. Erstmal hier runterspringen. Genau. Ich wollte eigentlich nach oben. So. Jetzt müssen wir wieder an dem einen Dude sicher vorbei. An die Blume. So. Haben wir es geschafft, an der Blume vorbeizukommen? Wir wurden trotzdem erwischt. Nein. Cyrus. Jetzt hör auf. Der springt nicht so, wie ich das möchte. Der läuft lieber erst 5 Kilometer irgendwo hin. Ich habe keinen Bock. Ab und tot. Weil der nicht so springen möchte, wie ich das möchte. Ich habe so das Gefühl, wir müssen aber dahin irgendwie. An das Rad. Sieht aus wie ein Rad auf jeden Fall. Genau. Erstmal so drehen. Vielleicht auch da an die Seite. Hier bringt es mir nichts. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus. Ja. Jetzt fallen wir auch wieder in den Tod. Ich glaube, wir müssen an das Rad irgendwie dran springen. Das sieht aus auf jeden Fall nach dem Rad. Und nachdem wir da drauf waren. Ah. Okay. 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 Das war das, was wir machen mussten. So. Jetzt müssen wir irgendwie da wieder rüberkommen. So. Dann machen wir hier ein Save Game. So. Und packen wir mal die Fackel aus. Wir sehen, wo die Blume ist. Die uns hier immer gerne attackiert. Ich würde ungern von der Blume hier wieder angegriffen werden. So. Sind wir genau drunter? Äh. Ne. Das war jetzt... Nicht das, was ich drücken wollte. So. Das müsste eigentlich passen hier, oder? So. Packen wir die Fackel wieder ein. Ja, das passt. Ich packe die Fackel wieder aus. Komm. Dann wir den... Jetzt ist die Fackel leer. Okay. Da ist der Weg nach oben. Das heißt, wir müssen jetzt den kompletten Weg wieder zurück. Wir machen hier mal ein Save Game, weil ich jetzt gerade die eine Plattform nicht sehe, wo die ist. Äh. Ne. Nicht load. Hier. Das hier. Auf Cyrus. Ich kann die jetzt nicht genau sehen. Okay. Ich packe die Fackeln wieder ein. Ui. Wollen wir da rüber springen? Und. Ernsthaft? Die Steuerung ist manchmal echt für einen Arsch. So. Ein Schritt. Noch ein Schritt. Shift. Und. Jetzt. Und. Jetzt. Speichern. Sehr. Schnell. Ganz wichtig. So. Und jetzt wieder den Weg hier raussuchen. Wo auch immer der ist. An diesen giftigen Pilzen hier vorbei. Da war der. So. Also die Reaktionszeit damals super. Auf jeden Fall. So. Da haben wir ja den Portal. Der sehr, sehr gefährlich ist. Machen wir hier auch nochmal ein Save Game. Okay. So. Dann wenn man falsch sich darauf bewegt, ist man auch wieder tot. So. Komm. Jetzt. Okay. Jetzt sind wir hier. Nein. So. Okay, jetzt noch ein Versuch. Ich wollte eigentlich da oben speichern. So. Wir gehen umgenauerts eigentlich hier vor der Tür. Bevor wir da reingehen. So. Und hier. Oh, Hedgebautens. Nur einen? Okay. Und da scheint es weiter zu gehen. Alter, wie viele Pilze hier sind. Genau da springe ich jetzt vor. Was ist denn das? Was? Und ich... Nein! Alter, hol dein Schwert raus! Was ist das? Äh... Bist du jetzt tot? Ich habe keine Ahnung, was das war. So, Pick Up Bold. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich hin? Beziehungsweise, das können wir eigentlich in der nächsten Folge herausfinden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm... Sieht aus, als müssten wir hier runter. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und... Ciao! Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's.